Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 17. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1318. Heute mit den folgenden Themen Warren Buffett, Revolut, iRobot, OnePlus, Mediatek und Plex. Ja, wenn Warren Buffett in einer Geek Talk Daily Episode vorkommt, dann hat er wieder mal irgendwelche Technikaktien abgestossen und oder was grosses Neues zugenommen. Was hat er dieses Mal gemacht? Ja, er hat fleissig neue Apple-Aktien gekauft, insgesamt im letzten Quartal im Wert von 3 Milliarden US-Dollar. Das sind nämlich ganz genau 333.856 Apple-Aktien, die er dazu gekauft hat. Damit ist er mit 5,8% an Apple, also nicht er, sondern seine Investmentgesellschaft, ist mit 5,8% am iPhone, also am Hersteller Apple beteiligt. Berkshire Hathaway hat dafür auch einiges umgeschichtet. So hat er zum Beispiel den Apple-Zulieferer, TSMC, deutlich abgestuft. Da hat er sehr viel Aktien losgelöst und zurückgegeben, sprich zurückverkauft. Insgesamt ist er nur noch mit 8,3 Millionen da mit drin. Und das ist schon ein spannender Move, vor allem wenn man bedenkt, das sind diejenigen, die im letzten Jahr wegen Corona und oder auch wegen der Lieferkette, eben vor allem Corona, nicht haben liefern können auf das Weihnachtsgeschäft. Und Apple geht ja da in Richtung Indien. Die neuesten Gerüchte sagen zwar, dass Apple nicht zufrieden ist mit den Resultaten der ersten Telefone, die aus Indien kommen, aber über kurz oder lang wird sich da was tun. Gleichzeitig hat er auch Activision Blizzard verkauft oder grosse Anteile davon und auch noch ein paar andere. Er hat auch noch in zwei neue Companies investiert. Wenn das genauer interessiert, auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens findest du den Blogpost dazu verlinkt, wo du das nachlesen kannst. Als ich gestern mein Premium-Abo bei Revolut gekündigt habe, hat mir das Revolut gleich noch die Revolut Joint unterjubeln wollen, sprich mich auf die Warteliste setzen lassen. Revolut Joint ist die Möglichkeit, gemeinsame Konten zu nutzen, sodass jeder sein eigenes Revolut hat, aber nicht nur die Vaults miteinander teilen kann, sondern auch Konten. Wie das Ganze funktioniert, wissen wir aktuell noch nicht. wird dann rauskommen, wenn es online kommt. Wer mag, kann sich noch schnell registrieren in der Revolut-App. Das sollte jedem zugänglich sein und dann kann man das dann irgendwann auch ausprobieren. iRobot und Amazon. Die wollten ja, also Amazon, iRobot übernehmen. Ich habe damals schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie die EU, England oder Amerika noch auf den Trichter kommt, was dazu zu sagen. Die EU wird das sicherlich noch kommen. Wer jetzt aber schneller war, war das FTC, die Federal Trade Commission von Amerika, also von den USA. Und die haben besagt, dass das nicht ein guter Deal ist, weil Amazon mit Blink und Ring schon ein sehr breites Abdeckungsgebiet haben im Bereich Smart Home. Sehr, sehr viele Daten haben und sammeln und verwerten. Und dass es da nicht gut sei, dass man sich das noch ein bisschen genauer anschauen muss. Ja, dann dürfen wir mal gespannt sein. 1,7 Milliarden war übrigens der Kaufpreis, den sie damals aufgeworfen haben. Dann gibt es Neuigkeiten. Ich habe gestern oder vorgestern darüber gesprochen, dass OnePlus, Oppo, Realme und sonst noch eine chinesische Firma Regionalsperren sein Smartphone auferlegt haben. Das meint jetzt OnePlus, zumindest via Twitter, dass dem nicht so sei, dass das ein Versehen war. Na dann, schauen wir mal, ob das bei allen Versehen war oder wer sich da jetzt noch rauswindet. Von Mediatek gibt es einen neuen Chip, den Mediatek Dimensity 7200. Das ist so ein Mittelklasse-Smartphone-Chip, der es aber in sich hat. 4-Nanometer-Verfahren ist er entwickelt oder entwickelt worden auf dem Verfahren. hat die ARM Mali-Grafik obendrauf für die GPU und diese unterstützt bis und mit 200 Megapixel-Kameras. Das ist natürlich im Mittelklasse-Smartphone relativ spannend, weil sowas gibt es da in dem Bereich noch nicht. 5G-Modem bis 4,7 Gigabit in der Sekunde ist möglich, WiFi 6e, Bluetooth 5,3, alles was man so möchte. Das wird spannend, die Smartphones, die da mit dem Prozessor rauskommen, möchte ich dann in der nächsten Zeit mal ein bisschen genauer anschauen. Zu guter Letzt haben wir noch Plex und die führen was ein, was Disney und Netflix und andere schon länger können, vor allem Netflix, das Überspringen des Abspanns. Das soll jetzt nämlich möglich sein bei Filmen, bei Serien, aber auch bei TV-Produktionen soll man da jetzt rüberhüpfen können und sogar, falls es so ein Abspann-Ding gibt, also während dem Abspann noch so ein Zwischen-Nachspann, dann kann man auch da draufhüpfen. Marvel ist da zum Beispiel einer, der immer wieder mal sowas macht. Sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Wer den Plex Pass besitzt, egal ob monatlich bezahlt, jährlich bezahlt oder im Lifetime, der kann das auf all seine Mediensammlung, die komplette Mediensammlung, direkt anwenden und muss dann nichts mehr tun dafür. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.